Mein Name ist Reis Lenas und ich leite den Rundfunkchor Berlin. Man findet unseren Chor in den Konzertsälen dieser Welt, aber auch in Clubs, Parks, Hotels, Industriehallen, Ausstellungen oder in der Kirche. Hier in Kreuzberg leben die verschiedensten Kulturen miteinander. Das Hotel Orania Berlin ist bekannt für seine vielfältigen Konzerte mit KünstlerInnen, die in Berlin leben. Dort habe ich mich mit SängerInnen unseres Chores zum Musizieren verabredet. Sie haben Musik ausgewählt, mit der sie persönlich etwas verbinden. Das Thema im Mond fordert ja auch Romantik ein sozusagen. Das bringt uns immer wieder in Verführung, wird immer verbunden mit Liebe, mit Trost, mit Sehnsucht. In der ersten Folge treffe ich unseren Tenor Holger Marx auf ein Lied. In der ersten Folge Untertitelung des ZDF, 2020